Willkommen zurück zu Darksiders Genesis. Wenn euch das Video gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert nicht vergessen. Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung einmal zu meinem Discord-Server, da dürft ihr sehr gerne beitreten. Und einen Link zu meinem Livestream, denn ich stream mittlerweile täglich ab ca. 18 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Wir sind in Kapitel 12. Verzeihung, Kapitel 12. Malschrom. Äh, die Schamanen des Dämonenmeisters Dagon überfluten Eden mit dunkler Magie, die Reiter nehmen sie ins Visier. Dann wollen wir mal. Reiter! Dargons Sturmhofer kauert hinter dieser Barriere. Seine Schamanen streifen umher und halten sie mit fauler Magie verschlossen. Findet sie und brecht das Siegel. Magie bewahrt diesen Sturmhofer nicht vor seinem Schicksal. Okay, jetzt dürfen wir hier ein bisschen rumrennen und die suchen. Alles klar. Das muss die Barriere sein, die Avedon meinte. Drei Stück. Suchen wir die Schamanen und bitten sie höflich, sie zu entfernen. Was da? Nice. Krieg Schlüssel. Das war jetzt reine Intuition, dass ich da lang bin. Ja, da haben wir direkt einen Gegner anscheinend. Okay, gehen wir gleich mal lang. Ja, der erste, okay. Nicht mehr lang. Au, das hat weh. Oh, wow. Ja. Er hat ein paar Tricks auf Lager. So wie alle, die hier rumrennen. Alter. Oh. Das war Nummer eins. War schon gut anspruchsvoll. Beziehungsweise war er, ja, nicht so gut von mir gespielt. Das trifft es, glaube ich, besser. Ah, okay. Das ist so ein Side-Dingens. Okay. 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 Wir müssen nämlich alle Dinge hier anleuchten. Ja. Nice Sehr schön Schade Für Krieg, aber gut Das heißt nichts Haben wir aber Bin natürlich kreuz und quer hier durch Scheiße Zwei Schamanen suchen wir noch Das sieht jetzt nicht so schwer aus Dankeschön Ah, tja Das sind die Bogenschützen Das ist das Ende Nice Weg mit euch Oh shit Noch mehr von euch Okay Die größte Entschöpfer von mir Oh nice Brauchen wir aber nicht Neue Munition für Strife An der Stelle Mal Ja Also Ja Oh nice Der zweite Schamane Das ist ja nice Okay, den zweiten hatten wir auch Bleibt nur einer Okay, der ist anscheinend da oben links sogar schon Ja Cool Hätten wir alle Nice Okay, jetzt wieder zurück Alles klar Wir hatten jetzt auch die Map Okay, jetzt aber auch nicht mehr brauchen An der Stelle Das ist vielleicht nur ein Geheimnis, ne? Äh, da war die Tricktür Lass ich aber auch mal Wobei, ne, da haben wir die Map geholt Wobei, das können wir noch schnell holen Das wäre ja direkt das Ende Ansonsten sind wir gerade hier Da wäre jetzt nur ein Trickschlüssel Und eine Ding-Truhe Ja, komm Mal probieren Hm? Ja, das wäre ja Nice, alter. Das hat er mitgenommen. Ja, gehen wir holen noch die Trittür. Aber unten rechts holen wir die noch und dann geht's zurück. Zum Boss wahrscheinlich. Das ist irgendwo hier. Da. Einen Schlüssel, ne, den können wir entbehren. Glaub ich auf die Gegner, oder? Ja. Das ist irgendwo. Das ist irgendwo. Oh no Nicht hoch genug Sprungen Nice, danke Das ist alles hier drin Ja, da ist eine Truhe, aber die lassen wir Die ist nicht interessant Raus hier Okay Jetzt zum Map-Anfang zurück Die Siegel sind ja gebrochen Müsste man nur wissen, wo man ist Ah, ich bin da, okay Nee Oh shit Äh, toll Wir wollen die Ah, ich bin da Nein Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich bin ich Oh, wie bin ich denn? Eigentlich nur nach links. Das sieht doch... Ganz okay aus, hätte ich gesagt. Aber irgendwie... Doch, ja. Ja, eben. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir haben ihn gleich. So, das dürfte es gewesen sein. Nice. Der Regen hat aufgehört. Wir sind hier fertig. Das war's schon. Cool. Das mitnehmen. Okay, das war jetzt Kapitel 12. Das war... Wie versprochen, Reiter. Ihr zweifelt an meinem Können? Nein, nur meistens. Äh, äh, äh... Der Regen hat aufgehört. Ist klar. Dann machen wir jetzt noch einen Boss. Warum denn auch nicht? Nicht... Süß. Da haben wir ein paar Wachen aufgestellt. Nichts klar. Nichts klar. Irgendwie aber auch nicht viel. Okay. Alles klar, dann wollen wir mal. Dann machen wir mal ein paar Wachen. ok 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 Das nenne ich eine Welle. Kämpfe dich durch den Sturm! Ich bin der Sturm! Süße Kugel, die er da hat. Nervt zum Glück überhaupt nicht. Na, noch eine. Na, auf der Seite natürlich. Natürlich. Ach, er kann noch mehr von denen. Okay. Okay. Ein sehr ungemütlicher Typ. Uh, hm. Aber der Typ ist ein bisschen pisst. Ja, der Schlüssel ist ein bisschen geholfen. Ja, ich muss nachdenken. Ja, das ist viel Wasser. Ja, ich muss nicht einmal aufhören. Der Schlüssel kann zusammen runter. Ja, das ist nie. Und da ist eigentlich besser auf dem Feld. Okay, gleich haben wir ihn. Schön die Chaosgestalt genutzt hier an der Stelle. Ich bin auf ihn und wir haben ihn. Okay, kommt noch mal eine Katz hin oder so, oder was ist das jetzt? Auf jeden Fall einige Quests abgeschlossen. Ja, and now. Malweise kommt nach jedem Boss immer eine Zwischensequenz oder so. Ja, gut. Bisschen Buggy wahrscheinlich. Jetzt kann ich aber nichts mehr machen, ne? Shit. Sag ich nicht, ich muss ihn jetzt dann nochmal töten. Ein bisschen aufgeben, ja. Ich hab jetzt nur ein bisschen aufgeben da unten. Ja. Och, nö. Ah, das ist ärgerlich. Ja. Muss ich ihn nochmal besiegen. Das ist ja aber richtig dumm. Das ist... Ah, ich mag sowas nicht. Man, ist das bad. Ja, was soll ich sonst machen? Der Typ ist besiegt. Es kam keine Sequenz danach. Die Sequenz möchte ich euch nicht vorenthalten. Das heißt, wir gehen jetzt halt nochmal... Dummerweise in den Fight. Boah, ist das... Ach, ist das ärgerlich. So was mag ich nicht. Das ist halt... Ei, ei, ei. Kann ein Spiel nur so unfertig sein, ey. Oder so buggy. Nervig, nervig. Ich mein, der war jetzt nicht so krass, ne. Also war jetzt nicht die übelste Herausforderung, aber... So, nochmal machen muss jetzt auch nicht sein. Na gut. Und, der war jetzt nicht so... Und, der war jetzt nicht so... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nächste Welle. 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 Na, da macht er keinen... Keine Welle mehr. Doch. Oder? Doch, doch, doch. Da kommst du. Wow, ich fall runter Okay Nichts passiert Nice, okay, it's, it's, it's good, you got it, okay Bruder, hilfst du mir mal Glaub mir, du brauchst dein Bart Oh, scheiße Ich schätze, wir wurden geläutert Sehr schön Hat funktioniert Wunderbar, gut Und wieder zurück Die Reiter haben Dargon besiegt Wunderbar Ab zu sammeln noch Reiter Ihr riecht noch schlimmer Als ihr aussieht Ach das, wir haben eine Brühe Aus verdorbenem Wasser und Dämonen Eingeweihten durchquert Gern geschehen übrigens Strife, ich tue das alles doch nur für euch Nicht für mich Wir wissen beide, dass das nicht stimmt Irgendwann wird dieses Arrangement Nicht mehr beiden Seiten nützen Und dann wird es interessant Wie pessimistisch Aber noch profitieren wir alle Also Machen wir weiter Denn nun steht uns der einzig wahre Moloch im Weg Davon profitierst du eindeutig mehr als wir Du hast nie erzählt Du hast nie erzählt, wieso er hinter dir her war Samael Sanken sich niedere Höllenfürsten immer so? Niedere? Verspotte mich nicht, Marionette Ich werde die Fäden kappen An denen du tanzt Nur um zu sehen, wie du am Boden zerschellst Dann töte ihn doch selbst Mächtig genug bist du ja, oder? Er ist unbezwingbar So gut wie Sonst hätte er mich niemals entthronen können Und seine Armee wird immer stärker Also was? Wir müssen sie von innen heraus zerstören Angefangen bei seiner großen Operation in der Roten Öde Wo seine Maschinen Materialien von unglaublicher Macht ausgraben Mit denen er dann Lucifer unterstützt Gib es zu Du willst bloß seine Armee beseitigt wissen Damit nach seinem Tod nichts in seinem Reich deine Pläne gefährdet? So oder so Alle profitieren Tja Los, zerstört alles, was ihr könnt Und wenn ihr schon dabei seid Tötet den Vorsteher Den Vorsteher? Irgendein bestimmter Grund? Er war einst ein wichtiger Teil meiner Arbeit Offenbar hat Moloch ihn für sich gewonnen Dafür will ich ihn tot sehen Es ist nicht so sehr eine Bitte als eine Forderung Ja, also ich würde allem zustimmen Nur um endlich diese Unterhaltung zu beenden Zu langatmig Ich will etwas töten Okay, wunderbar Dann haben wir die nächste Quest Mission Nummer 14 glaube ich, ne? Kommt dann schon Wir schauen mal ganz kurz Ja Der Grubenbau Ist die nächste Quest Wird glaube ich etwas Etwas größer das Ganze Etwas größer und langwieriger Aber beim nächsten Mal werden wir noch mal mit Ein bisschen mit Vulkrim sprechen Und wahrscheinlich noch ein paar Sachen kaufen Vielleicht auch bei der Bei der anderen Dame noch Bei dies Werden wir vielleicht noch was kaufen Äh Weil wir Seelen haben wir ja Gut Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Schreibt einen Kommentar Und abonniert nicht vergessen Checkt auch bitte die Links in der Videobeschreibung Einmal zu meinem Discord Server Da dürft ihr sehr gerne beitreten Und einen Link zu meinem Livestream Denn ich streamen mittlerweile täglich Ab circa 18 Uhr Und würde mich freuen Wenn ihr da einschalten würdet Ansonsten war es soweit von mir Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Haut rein Und bis zum nächsten Mal